Ich stehe hier für euch auf dem roten Teppich und guck mal wer hier schon so alles rumschwirrt. Stephanie Giesinger. Hallo, hallo. Na, wie war der rote Teppich? Gut, gut, aufregend. Pink war er, er war gar nicht rot. Passend zu dir, da hast du recht. Warum freust du dich denn heute so? Ich freu mich sehr auf Lamia heute. Sie präsentiert heute Echos und oh mein Gott, oh Gott, das ist so aufregend für mich. Ich glaube ich bin mehr aufgeregt als sie. Sehr schön, ich freu mich auch sehr, dass du da bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Vielen Dank, ich dir auch. Bis nachher. Mal gucken, hier ist nochmal Sami Slimani natürlich, ja. Guck mal, ganz viele Fans, alle sind am kreischen. Und guck mal, da auf dem pinken Teppich, Rebekka Mir. Wunderschön. Toll sehen die heute alle aus. Also ihr werdet heute noch sehr, sehr, sehr vieles sehen. Bleibt hier dran. Stephanie Giesinger, Sami Slimani, Rebekka Mir, Hanadi Beauty, alle eure Beauty-Stars den ganzen Tag, wenn ihr hier auf diesem Kanal bleibt. Bis nachher. Schpersonal. vu 몰라, jetzt komm mal, da auf dem, alternative hydrophäne drinne, gestorben dürften wir im Momentan und auf der Sch rimsch Pod so spike. Heute các her. Scheine skirtựny. Bis nachher.